hallo und guten morgen und zwar wollte ich mit euch heute noch was zeigen und zwar gibt es gerade aktuell in der schatztrainie richtig geilen diffuserschirm und alle die schon diffuser haben oder einen diffuser schon lang möchten auf die normale diffuser base also das ist das hier bekommt ihr gerade aktuell zehn prozent rabatt also wenn ihr euch die sichern wollt für zehn prozent günstiger jetzt nur noch bis samstag und solange der vorrat reicht eben nutzt die chance gerne und ja als ihr habt es dann richtig geiles tals gibt nichts auf markt hat wo so viele funktionen hat wie unser diffuser und zwar sie können sie einmal ganz normal anschalten da habt ihr euer nebler und beleuchtung also hatten 16 led farbwechsel der hat einen schönen wassertank wo ihr vier bis acht stunden dufterlebnis habt und ich sage euch jetzt erst mal das aller geistes schnäppchen und zwar dieser wunderschöne schirm hier gibt es gerade in der schatztruhe haben wir auch geholt und der ist gerade absolut günstig also ihr habt ihr zehn prozent grad auf die diffuser sachen aber dieser schirm bekommt ihr 50 über 50 prozent günstiger der kostet glaube normal 89 euro und ihr bekommt den für 42 50 habe ich geschaut guckt also gerne mal sabines wohlfühldüfte.sensee.de unter sonderangebote und schatztruhen scrollt runter da ist dieser richtig geile schirm und ich zeige euch den jetzt mal der hat nämlich so so schöne sternflocken ich drehe euch um den muss ich euch zeigen und zwar so schaut der nicht geil aus richtig richtig schön und der winter kommt der jetzt schon bald und der ist so schön und ich glaube der wird eh jetzt bald ausverkauft sein also wer den gern noch haben will sollte zuschlagen ihr habt es dann wieder als der ist aus glas hand gefertigt also ihr habt wieder ein unikat lebenslange garantie auf die technik wenn was ist ihr wisst das ja gibt immer bescheid wenn irgendwas sein sollte wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid ich mache das dann mal so mir berater und wir haben auch einen super tollen support also richtig toll ihr habt ihr jetzt die möglichkeit das ist die volle stufe man kann auch einmal nochmal drauf drücken dann ist es ein bisschen abgeschwächt und ein bisschen weniger oder man kann auch ausschalten wenn man ganz lange drauf bleibt dann habt ihr diesen eco sparmodus und der ist dann jetzt eine halbe minute an und eine halbe minute aus eine halbe minute an eine halbe minute aus also der funktioniert immer so ich habe jetzt den automatischen farbwechsel verlauf drinnen und dann läuft der also die farben alle nacheinander durch und der ist so schön guckt mal also das ist mega schön hier unten habe ich nur meine anderen schirme die ich sonst schon drauf tun habe man kann die immer echt umdekorieren wie man lust also wie man bock drauf hat wie man möchte ich schaue jetzt es aus also der ging jetzt da aus eine halbe minute und dann geht er von alleine wieder an jetzt zeige ich euch noch was noch gibt es gibt einmal die farbwechsel modus dann habt ihr wenn ihr auf dem lichtschalter auf die sonne drückt einmal die möglichkeit die einzelnen farben durchzuschalten also ihr habt jetzt so rosa dann habt ihr rot und dann wird es immer festgehalten orange also wenn ihr sagt ihr wollt nur eine farbe haben dann könnt ihr einzeln alles einfach so durchschalten was ihr gerade wollt und sagt okay das passt bei mir gerade gut rein oder ich liebe die farbe dann nimmt sie einfach die farbe jetzt ist wieder angang jetzt ist die halbe minute rum genau da könnt ihr echt durchschalten worauf ihr lust habt also es ist echt super da könnt ihr echt einzeln durchgucken dunkles blau helles blau türkis also alles mögliche und ja also da könnt ihr echt ganz viele verschiedene farben einfach durchschalten lila rosa jetzt geht es wieder aus genau also ihr könnt so einfach ganz normal dann anschalten bei dem wassertropfen dass er immer an ist also sie haben eigentlich immer an weil ich das nicht will dass es wieder still ist oder dass es läuft dann wieder nicht also ja und seht ihr den nebel also der ist richtig toll wie der da raus läuft dann habt ihr noch die möglichkeit dass ich schalte das licht einmal aus so schaut der aus aus also der glitzert so ganz schön in silber und ihr könnt es auch einfach nur einmal kurz drauf drücken dann habt ihr warmweißes licht wenn man nochmal drauf drückt ist gedimmt das warmweißes licht also ein bisschen dunkler und ihr habt noch die möglichkeit kerzenflackern modus zu machen also dass es wie so kerzenflackern ausschaut also ganz ganz viele funktionen was es da gibt also echt super oder aus oder nur das eine an nur das licht an das aus könnt das alles einzeln anschalten ich bleibe immer lange drauf und dann geht der automatische farbwechsel verlauf an also das ist mein lieblings ding wenn ich eh gerade schon dabei bin mit diffuser wieder also den gibt es gerade richtig richtig reduziert die anderen schirme gibt es aber auch 10 prozent günstiger so schaut immer die base aus also das macht man dann einmal ab dann kommt da das wasser aufgefüllt und der schaltet sich automatisch ab sobald das wasser leer ist also das ist auch mal ganz super jetzt zeige ich euch mal noch die anderen schirme das ist der schirmschein mit ganz vielen glitzerpailletten also der glänzt richtig schön kann ich euch mal die verschiedenen schirme hier hochholen wo ich habe so machen wir mal dazu also die habe ich gerade aktuell diese ganzen verschiedenen aufsätze wo man da eben auch drauf tun kann und dann kann ich euch das einfach mal alles durch wechseln und mal zeigen da haben wir dann noch diesen stargälschirm also der so jetzt gespiegelt und der hat so ein richtig geiles feuerwerk muster in 3d das fand mein mann richtig geil die männer finden das auch mal ganz cool ich fand den auch mega und der wird halt auch von dreifach von hand nicht von hand von mund geblasen um dieses tolle muster hinzukriegen wie geht es dir silvia ist alles ok wie ist das wetter bei euch regnet es auch bei uns ist bewölkt nicht so tolles wetter heute und ja also der macht richtig cooles 3d muster und die habt ihr immer unikat der ist immer ein einzelstück keine schaut aus wie die andere und die hat es halt einfach echt die lebenslange garantie wenn irgendwas ist könnt ihr euch jederzeit bei mir melden und ja echt super genau das ist das da geht es schon dann zeige ich euch das sonst eigentlich mein aktueller liebling dieser erwachen oder erwägen ich weiß es immer noch nicht den habe ich sonst eigentlich immer drauf bevor ich mir jetzt dieses schnäppchen macht habe mir diesen schneeflocken musste da da sieht man es gerade ein bisschen die schneeflocken auch richtig schön und abends wenn es halt dunkel ist schaut es halt richtig gut aus voll schön ne das ist immer mein lieblings ding ich habe eigentlich immer den farbwechsel verlauf an oder manchmal auch regenwetter oje das ist aber die laune ist die trotzdem gut trotz regenwetter oder nicht genau und da habt ihr auch also ist aus glas innen dann oben lauter so mosaik plättchen hingemacht also das ist alles handarbeit und ihr seht es da das hat auch ein ganz ganz tolles muster auch wenn man hier guckt da so dunkel dann hell und das wirkt auch richtig richtig toll und schön ne also das ist auch einer meiner lieblingsschirme und da gibt es nur ganz viele 10% gibt es aktuell nur noch bis samstag sammelbestellung mache ich wer dann noch gern was will das sind so meine schirme tue ich mal nochmal den runter und den mit dem schneeflocken hier drauf also den gibt es in der schatzt so wie gerade echt anstatt 89 euro für 42 euro also der ist echt richtig günstig also wo ich den dann in echt gesehen habe habe ich dann schon gedacht boah der ist ja richtig cool und ich habe ja einen diffuser und da kann ich mal die farbe durch wechseln damit lila rot also den gerade in diesen blautönen fand ich den richtig schön da mit so türkis und winter kommt jetzt bestimmt voll schön ich habe mich so gefreut ich habe den in echt dann gesehen man hat gedacht oh ich muss mir den bestellen über die hälfte günstiger einfach so also ist halt nur so lange der vort reicht in der schatztruhe drinnen aber ich finde den mega schön das blau und ich mag ja auch gern glitzen das schaut echt da gibt es auch noch so dunkles blau richtig cool aus so jetzt drehe ich mir nur noch um hier jetzt hat wie rum bin ich immer so bin ich normal genau da siehst du mich auch zum quatschen ist das immer blöd wenn man dann nur was anderes hat ne da habe ich meine schirme ich dachte ich mache nur ein kurzes diffuser special weil das gerade im angebot ist und die verschiedenen schirme mal zeigen kann und 10 prozent gibt es ja aktuell falls das noch jemand mitnehmen will weil manche denken dann gar nicht an die diffuser und dass es die eben augenstieger gibt so was steht heute noch an ich hole jetzt da meinen kleinen baukindergarten und später was meine achso Lidl hat noch angerufen ob ich noch spontan zum arbeiten kommen kann morgen vormittag denen fehlt irgendjemand also gehe morgen noch spontan zum arbeiten und ja da habe ich meinen Schirm ja hocke ich mich sonst mal wieder rum oder soll mir das noch im hintergrund laufen lassen ja jedenfalls ja mal schauen was ich mache aber ich finde den so so schön und ich freue mich dass ihr den jetzt kohlt habt hey echt Weihnachten dauert ja noch aber der ist so schön und so günstig also ich bin ja immer so ein Sparfuchs ich muss dann immer sparen und ja da habe ich mir den schönen Schirm gegönnt genau ja das wollte ich nochmal zeigen vor allem die verschiedenen Funktionen was es gibt wenn ihr da dazu Fragen habt gern was wissen wollt oder irgendwas gern sehen wollt oder euch was interessiert oder vorbeikommen wollt das live in echt anschauen selber mal anfassen fühlen austesten dann gibt sie mir gerne Bescheid und ansonsten könnt ihr gerne unter sabineswohlvieh dürfte.sensi.de durchgucken stöbern sammelbestellung mache ich mir gern Bescheid geben und ja ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag macht es gut und schön vielen Dank fürs Zuschauen und vorbeikommen und ich freue mich immer und über jede Bestellung freue ich mich und ihr seid alle so toll und so viele Kontakte so viele nette liebe Menschen wo ich schon kennengelernt habe also bin ich einfach nur dankbar und froh dass es euch gibt und ich so liebe Leute kennen und lieben lernen durfte und ja schön dass es euch gibt dann macht es gut Tschüss